ja hallo liebe freunde hier ist noch mal grützelbirne wieder auf experimenten unterwegs und zwar in cerno und wie man sieht habe ich so ein schickes white chicaret waldress schuhmädchen outfit an zugehörigen turnister und einen helm damit mir nichts passiert man soll ja immer helme tragen falls wir mal vom bus überfahren wird oder so ja ich habe doch glatten server ein bisschen gut drauf ist oder der im grau auch gerade gestartet ist das weiß ich jetzt nicht so genau das kann ich jetzt gar nicht mal so genau sagen ich dachte der server kackt ab ja insofern das macht dann das wieder nicht also manche sachen kriegen die aber auch nicht geschissen ja ich bin mal gespannt ich weiß ja nicht wie das ist man sich mit der axt umbringen kann und schüsse habe ich schüsse gehört juli müssen wir vorsichtig sein da müssen wir vorsichtig sein ob acht geben ob es das ja das ist doch fantastisch hier das kann man doch mal nehmen hat man das mal schön alles rinne schöne gelbe kiste haben eine schöne gelbe kiste im kleid so ist das leider nur ein hammer so eine schrottflinte wäre jetzt toll so mal gucken und ist natürlich noch mal besser schön sehr gut da gucken wir mal kann denn die schüsse her aber ich bin jetzt eine waffe her eine waffe eine waffe eine waffe eine waffe eine waffe vielleicht eine schöne mose schöne mose vielleicht und ich bin ein schönes kleidchen das wird das hotel das ist ja schlimm das ist ja gar kein herrenhaus hier das ist ja eine fabrik nein ich behalte mein kleidchen ich behalte mein kleidchen an da schießt doch nur keiner auf mich so ein armes schulmädchen da muss ich doch mal gucken wo ballern die denn ich sehe mal wieder nix das ist spannend den holen wir uns jetzt den burschen jetzt verloren sie denn hin wie kann man das rück hier gucken die axt schwingende meuchelmörderin die vom erdbohnen verschluckt hundertprozentig da ist schon mal action und dann verliere ich den lustigen durch sehr bedauerlich sehr bedauerlich nein ohne sporter auch kein mensch was habe ich da gesehen muss habe ich da gesehen auch wenn ich mich mal losgegangen hätte schön wachst schwingend den schädel gespalten wenn ich mir auch schon wieder ist er auf dem dach ich weiß es nicht ich weiß es ist auch keine ich weiß es kommt von hier hier kann die geräusche hier oben kann er ja nicht raus ballern ich weiß es ist auch nicht rausgekommen ich weiß es ist auch nicht rausgekommen ich weiß es ist auch nicht rausgekommen womit ich da jetzt gucken könnte ich weiß es ist auch nicht rausgekommen ich weiß es wir okay Geh mal ins Nachbarhaus. Vielleicht ist der da. Drinne. Die Tür sieht ja auf. Nee, auch nicht. Natürlich jetzt hier auch gefährlicher will ich auch nicht. Zielscheibe sein. Ja, da ist man auf dem Weg zur Schule und denn das? Freunde. Ich kann auch nicht gucken. Ich kann ja nicht gucken. Ich habe mich geschossen. Was machen wir jetzt? Nee, auch nicht. Da war ich drin, da ist er nicht drin. Was ist denn hier? Hier könnte es sein. Nein! So auch nicht. Schieß doch mal wieder. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Da sind die da in dem Industriegebiet. Ach hier, Weihnachten. Hier! Weihnachten! Weihnachtskugeln am Räumchen. Ist ja auch nett gemacht. Da sitzt er da auf der Industrieanlage. Da oben drauf. Kann man auch nicht sehen. Da, 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 da ist er! Ei, 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 ei! Ja! Oh, ich geh hin! Ui, 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 ui! Ah! Tja! Haben sie uns, haben sie mich doch noch gekriegt. Na ja! Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!